anna willi und ich sind mittlerweile umgezogen vom ulten tal in den alpen in die dolomiten nach uttenheim zehn kilometer nördlich von brunneck ja da sind wir untergekommen im annawanter historic hotel sehr empfehlenswertes kleines familienhotel und gleich am ersten tag ging es auch schon rauf auf 2700 meter hier sieht man den aufstieg zu den kofler sehen eine sehr schöne tour etwas länger als fünf stunden atemberaubender ausblick hier geht es dann schon wieder runter dort war da ein bach und willi konnte überall trinken da mussten wir nichts mit schleppen ja ich habe dieses tolle panorama mal probiert zu nutzen um ein paar profil bilder vom willi zu erstellen hier siehst du eine auswahl ja ich hoffe sie gefallen der working dog gibt es demnächst mehr davon